Und damit willkommen zurück zu Command & Conquer 3 Tiberian History im Live-Let's Play. Auf zu Downtown Sydney. Oh, okay. Keine Stunde, kein Text und so. Keine Nachricht. Ah, was war die Mission? Achso, das ist das hier. Man soll sich das schützen? Okay. Äh, da rein. Halten sie 10 Minuten durch? Ja, das ist eine Lüge. Wie lange muss ich gar nicht durchhalten? Ah. Ah. Oh, was will ich denn hier gehen? Das Mr. Silo holen wir auf jeden Fall wieder. Hm. Hm. Äh. Ich hab ne Idee. Ich bin auf jeden Fall der Schrein, der Geheimnisse. Ah. Effektiv, ja, effektiv die Ver- Das ist schon ein bisschen. Da rein. Hier will ich es auch noch ein bisschen ändern. Konstruktion complete. Äh, ihr werdet gerade ein bisschen überrannt. Wir haben die Raketen. Dahin. Wir haben die Raketen. So. Sollte passen. Und dahin dann auch, da oben. New construction options. Building. Da wollen sie aber noch Sachen zum Upgrade. Auf Wiedersehen. Mir gefällt das alles nicht. Ja, mir auch nicht. Wir haben die Raketen. Auf Raid abgeschlossen. Wir haben die Raketen. Wir können und dürfen uns das nicht ändern. Wir haben die Raketen. Construction complete. New construction options. Genau, das will ich haben. Das will ich haben. Liquid death online. Wir haben die Raketen. Ne, das ist dafür das gelauft. Das ist mir egal. Und da oben rein. Da rein. Da rein. Eine da rein. Wir haben Tiberium abbauen. Blatt in Bewegung. Und wir waren mal richtige Revolutionäre. Richtige Revoluzzer. Ja, okay. Ach Gott, jetzt. Tiberium Belastung gemessen. Jetzt holen sie aber sich die Sachen. Insufficient balance. Feindliche Einheiten in Sicht. Tiberium ist Macht. Oh. Ja. Absolut keine Chance. Wir haben die Raketen. Warum? Wollte ich nichts getan. Also, keine Ahnung. Hauptcomputer irgendwie so. Irgendwie immer sehr schwach. Fand ich. Wir haben die Raketen. Wir haben die Raketen. The power is ours. Avatar. Was ist unser nächstes Ziel? Okay. Äh, irgendwie fehlt noch einer. Haltet die Augen offen. Feindliche Einheiten in Sicht. Fährt da oben auch noch rein. Ah, ja. Perfekt. Perfekt. Der schon. Oh, ist ein Juggernaut da. Ist mir egal. Die Heiden aber auch raus. Sehr schön. So geht's auch. Hm. Du auf deinen Händen konntest du nicht angreifen, na? Ach, hier sind vier Stück. Das wären nur drei. So, warte. Ich hab voll vergessen, wie die wieder waren. Die Kisten sind immer so dämlich zu kriegen. Dankeschön. Okay, jetzt wird's lustig. Ne, doch nicht. Okay, weiter ignoriert. Alles klar, danke. Äh... Uff. Mal ne Mischung aus denen. Ich glaub, die, äh... Artillerie sind noch ganz gut gegen Fahrzeuge. Dup, 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 dup. 20 Stück jeweils, passt doch. Und die Zeit nutzt sich jetzt aber, um was zu trinken. Sie trifft keine Schuld, Commander. Aber wer auch immer verantwortlich ist für diesen Verrat, der wird meinen Zorn spüren. Und bis dahin vernichten sie die Überbleibsel der GDI. Mit Aurora-Waffen. Wenn sie wollen. Empfange Nachricht. Ja. Cain hat wieder die volle Kontrolle übernommen. Stimmt das? Ja, Cain lebt. Und Bonus-Ziel. Cain lebt. Ich wusste es. Er ist der wahre Miss-Ziel. Cain war niemals tot. So, Mike. Toll. Ah, macht's gut. Aurora-Archete gestartet. Geheimdienstdaten aktualisiert. Einheit befördert. Mal gucken. Aurora-Bumpe! Ach, grün. Gott wendet sich gegen uns. Verräter! Oh, Dodd-Schaden noch dazu. Fress Blei, ihr Verräter! Nett. Das heißt Trick. Wieder mal! Es ist ein. Haben sie kaputt gemacht. Machen wir unseren Job. Der Ressource ist Weapon. Was? Nord wendet sich gegen uns? Nein! Hättet ihr fördert. Ja, okay. Ich verstehe, warum kaputt gemacht. Die Macht ist ours. Sie werden schreien. Waffen initialisiert. Feindliche Einheiten in Sicht. Ach, und jetzt greifen wir sauber mal die Skrin an. Stimmt, wenn man das hier gar nicht... Wenn man das hier nicht beschützt? Also, wenn man das hier beschützen muss, dann kommt der nicht ohne Angriff. Aber hier ist passiert da nichts. Ha. Ich warte. Ah ja. Nicht mein Problem. Feindliche Einheiten in Sicht. Einheit wird angegriffen. Alter. Grüne Felder. Werte zu viel ihrkannt. Einheit befördert. Die Verierung ist die Lösung. Party hart hier. Gar nicht wahr. Ich falle hier nichts. Dann. Spaß damit. Einheit wird angegriffen. Na ja, hatten keine Infanterie. Na, was ist hier denn alles? Ich habe einen Flammpanzer. Ah. Ich will erstmal die Screen weg haben. Problem ist, ich habe nichts gegen Lufteinheiten. Feindliche Einheiten in Sicht. Unit last. Ausbildung. Einheit wird angegriffen. Lottmot ist bereit. Auf hoher Rakete bereit. Ready for action. Lottmot ist bereit. Greife an. Zerstören. Lottmot ist bereit. Leiderlich. Anwerb gefördert. Der nächste. Auf in den Karmus ist bereit. Los. Feindliche Einheiten in Sicht. Au. I'm taking happy fire. Lottmot ist bereit. Lottmot ist bereit. Ich warte. Betriebsblatt. Lottmot ist bereit. Angriff. Okay, er geht ihm so. Select target. Lottmot ist bereit. Europa Rakete gestartet. Alle Systeme bereit. Äh, ihr seid mir zu nah. Lottmot ist bereit. Lottmot ist bereit. Insufficient violence. Unit last. Einheit wird angegriffen. Feindliche Wart ist in Sicht. Lottmot ist bereit. Warten werden kann. Ja, Herr. Verschauen keine. Und die paar Lufteinheiten die sie noch haben, sind die letzten die sie haben. Ja, Herr. Einheit gehört. Lottmot ist bereit. Feindliche Einheiten in Sicht. Einheit wird angegriffen. Warten. Ja gut, aber die da könnten Probleme warten. Ja, Herr. Ich nehme heiße Feuer. Hi. Genau, ihr könnt problematisch werden. Na, wie gut der... Oh, der hat so... Oh, sehr schön. Ah, ihr kommt mal leisamt raus. Ihr kommt alle mal hier an. Sehr schön. Da haben wir doch bitte. Ja, das ist das Problem. Dadurch, dass ich nichts mehr sehe. Müssen wir das halt eben so machen. Wir haben auch eine leichte Reichweite. Der sieht cool aus gerade. Gefällt mir. Wo ist das ich? Kurzabklingzeit. Seid ich frage, ist da jetzt noch was oder nicht? Naja, zerstört. Noch mal nicht zerstört. Hm. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Oh Gott. Okay. Hilfe. Die Welt hat mich wieder mal vorschnell begraben wollen. Wie konnten meine eigenen Brüder glauben, die Vorkommnisse, die sich im Primetempel ereigneten, wäre nicht exakt geplant gewesen. Einen Hinterhalt meiner eigenen Truppen konnte ich selbstverständlich nicht vorhersehen. Von Killians Frechheiten, die nicht zu zählen sind, ist die Behauptung, die Besucher wären eine größere Gefahr als die GDI, ein Schlag ins Gesicht für mich und die Bruderschaft. Für diesen Frevel muss sie bestraft werden. Sammle ein Team deiner besten Soldaten und stürme unseren australischen Stützpunkt. Killian hält sich dort versteckt, du musst sie finden. Lebend, wenn möglich, aber verschone nicht einen ihrer Anhänger. Ei, ei. Joa, gut. Ihr kriegt leider nichts dafür, dass man die Screen Basis zerstört. Aber ich wollte es einfach mal machen, um AMX zufrieden zu stellen. Hehehe. Aber gut, das war's mit der Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Falls es euch der Part gefallen hat, lass uns einen Like da. Und wir hören uns bei Ayasrock in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Cheerio. Hoorst. Hoorst. Moin. Hoorst. Hoorst. Lass es euch nicht mal auf. Hoorst.